Als reines Isolat vielleicht bekannt, dass es vor allen Dingen... Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Wir heute mal... Hi Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Wir drehen in diesem Video mal ein Review zum... Wir drehen ein Review, das ist ja jetzt irgendwie mega unlogisch. Ja, ähnlich wie die... Ähnlich wie die... Ähnlich... Als wenn so das... Als wenn das Band hängt. Spaß! Ein Caseines besteht zu 93% aus einem... Oh, sorry, echt. Diese Mistflieger... Ich hasse Fliegen. Das Ganze ist natürlich mit dieser sogenannten Proper Tiree Blend gemacht. Man sieht hier gar nicht tatsächlich, wie viele... Nee, es ist gar nicht damit gemacht. Whatever. Okay. Ich grüße euch, meine lieben Sportsfreunde... Ich begrüße euch, meine lieben Sportsfreunde... Ich bin Simon, euer Muskelmacher. Wir lassen mal kurz die S-Bahn hier vorbei und dann geht's weiter. So, meine lieben Sportsfreunde, ich bin Simon, euer Muskelmacher. Es geht heute mal um ein Thema, über das jeder von euch nachdenken sollte. Und zwar, wie es ein... Oh, jetzt muss ich eigentlich... ...ein Billy hochziehen. Und zwar, wie es ein... Untertitelung des ZDF, 2020